Also ich habe willkommen aus dem Grünen die Autorität des Taktikers Westorf 214 ist genauso Crap bringt mir auch nichts und den Stürmerrucksack das ist 240, ok, das ist gut, aber Stürmerrucksack weiß ich nicht ich habe das Zeug, das Ihnen das Leben rettet das ist ein Schott, das ist ein Schott Ich hab's mal auf. ja es ist tatsächlich nur noch crap übrig geblieben ist nicht ein brauchbares gutes zeug da geblieben mein holster mit den drei stats ist weg meine handschuhe mein rucksack meine zwei grünen behältnisse mein goldenes alles weg ich hab zwar was abgegeben aber im endeffekt habe ich auch nichts klar dass man da nicht viel hat selbst wenn du sachen hast das ganze zeug was ich habe kann ich auch nichts mit anfangen kannst du behalten aber das war es dann auch was ich wirklich brauche habe ich nicht bekommen übertragung gestört empfangen nur im nahbereich möglich backup aktiviert system neu gebootet warnung sie betreten jetzt die dark zone ja 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 Oh. Ich kann nicht mal mehr Pappen aufnehmen. Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. Krass, das war direkt im Lager zerlegen. Das wusste ich ja gar nicht. Ich bin raus! Keine Erlaubnis für die Höhle! Entgegen los! Du schaffst das nicht! Verdammt, ich bin raus! Deckt mich! Ich glaube, die sind mit dem Magenpfand fallen da schon aus. Oh, sie hat Schnelldeckung! Ihr solltet besser abgucken! Agent, ich nehme zur Position! Ich nehme das schon wieder rein, ich nehme die Hand an den Anbrenner. Was ist der Stund? Ich bin jetzt auch wieder rein... Ups, tot, ja dann warte ich kein jeder, dann müsst ihr bei mir gespawn! ich weiß echt nicht wirst du jetzt zu deprimiert bist dann läuft man jetzt wieder einmal rum machen ein paar wahrzeichen dann ist dein inventar wieder voll ich brauche kein lila crap zeug ich will mein grünes zeug wieder haben ja wo hast du es gerade herbekommen mein gott weint doch nicht so rum wie so ein kleines kind langweil mich langweil mich einfach da musst du namentliche gegner wieder abschießen alter machen zweiten gegner hat er jeder ein grünes fall so in der art das ist doch nicht schwer du wirst ja sonst ob man ein raid gespielt hätte oder so und dann hättest du keinen loot bekommen oder was weiß ich glaube ich laufe jetzt mal ein bisschen rum mal schauen wie es läuft was die gegner da umzubringen und wahrscheinlich gibt es crap und dann habe ich keinen bock mehr und zwar der geilste loot den ich meist bekommen habe natürlich habe ich die nicht gekriegt hier ja hoch geht hochgepokert verloren Pech gehabt ja ich weiß laufe ein bisschen rum und dann werde ich mit grünes zeug schon wieder kriegen natürlich jetzt machen wir ein paar wahrzeichen ja klar vielleicht noch so zehn stöcke oder so und dann gucke ich mal ich gehe mal gleich zu dem hier vorne in welcher bleibt kommt ihr denn hier überhaupt ich brauche mal nix das ist der abgabe ich dachte ich wollte ja die machen die sind eh so herzlich da auch nicht mein zeug bekommen dass ich hab da rein nein was ja 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 es ja 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 Ich habe einen guten Nade, was auch. Ich habe ihn richtig vorgegangen, wenn ich zu nahe. Okay. ich kann es nicht so 1 crap Ein dickes Gerät auf 204 Brauch ich aber auch nicht Warum läufst du? Lass uns doch lieber runter gehen Ist mir egal wohin Da gleich Dieses eine Haus da rein Das Warnhaus Geht's rein, du bist vorbei gelaufen Da geht's ja auch rein Oder was Kommen sie nicht runter? Was ist denn ich meine? Wow Es werden mehr Jetzt kommt man in die Kurse Ich gehe jetzt rein Stimmt, ich will's mitmachen Der Schutz bringt ja auch nicht zu viel Oh 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 Ich soll wieder runter kommen Das ist wieder zu früh. Ich glaub alle sind da. Nein! Ich muss grad den Verhältnis nehmen und kommt jetzt nicht mehr rum. Du bist jetzt auch noch nicht zu blühen. Christi geht auf. Ich mach mal auf. 3 Crab, 3 Crab. 3 Crab. 3 Crab. Wir sind hier.